Potenzen mit natürlichen Hochzahlen. Schauen wir zuerst drei Beispiele. Die Zahl 2 hoch 3 wird berechnet durch 2 mal 2 mal 2. Das heißt, 2 hoch 3 ergibt 8. Die untere Zahl 2 nennt man die Basis. Die obere Zahl 3 nennt man die Hochzahl oder auch der Exponent. Und das Ganze ist die dritte Potenz von 2. Rechnen wir minus 3 auf 5. Laut dieser Rechnung sollen wir die Basis minus 3 5 mal mit sich selbst multiplizieren. Das tun wir auch. Das Ergebnis macht minus 243. 5 hoch 0 wird definiert als 1. Definieren wir jetzt allgemein eine Potenz mit natürlicher Hochzahl. Dazu brauchen wir eine reelle Zahl a und eine natürliche Zahl m verschieden von 0. Dann wird definiert a hoch m gleich a mal a mal a und so weiter und das Ganze m mal. Das heißt, wir multiplizieren die Basis a m mal mit sich selbst. Wenn die Hochzahl 0 ist, dann ist das Ergebnis als 1 definiert. Schauen wir jetzt einige Eigenschaften. Zuerst aber im Beispiel 2 hoch 3 mal 2 hoch 4. Laut dieser Definition ergibt das 2 hoch 3, das ist 2 mal 2 mal 2. Wir multiplizieren die 2 also 3 mal mit sich selbst. Dann kommt dieser Malpunkt, der steht jetzt da und die Zahl 2 hoch 4, das ist 2 mal 2 mal 2 mal 2. Wir multiplizieren die 2 also 4 mal mit sich selbst. Somit sehen wir hier in der ganzen Rechnung, dass die 2 7 mal mit sich selbst multipliziert wird. Das heißt, das ist dann 2 hoch diese 7. Woher kommt die 7? Von 2 hoch 3 und 2 hoch 4. Also 3 plus 4. Das macht dann 2 hoch 7. Und wir können verallgemeinern a hoch m mal a hoch n. Das muss also a hoch m plus n sein. Der allgemeine Beweis wird genauso geschrieben wie hier im Beispiel. Schauen wir jetzt dieses Beispiel. 2 hoch 3, das Ganze hoch 4. Dieses hoch 4 hier bedeutet, wir müssen die Zahl 2 hoch 3 4 mal mit sich selbst multiplizieren. Hauen wir das auch. Und jetzt schauen wir in jedem einzelnen Faktoren des Produkts. Der erste Faktor ist 2 hoch 3. 2 hoch 3, das macht 2 mal 2 mal 2. Diese 2 hoch 3 auch und so weiter. Somit erhalten wir also die Zahl 2 hoch 3 einmal, 2 mal, 3 mal, 4 mal. 4 mal insgesamt. Wir haben also 4 mal solche Dreierbändchen. Was also bedeutet, wir nehmen die Hochzahl 3 4 mal. In dieser Rechnung werden die Exponenten also einfach miteinander multipliziert. Und das können wir sofort verallgemeinern. A hoch m hoch n ergibt a hoch m mal n. Schauen wir ein drittes Beispiel. Diese hoch 4 bedeutet, wir müssen die Klammer 2 hoch 3 4 mal mit sich selbst multiplizieren. Und das ist gemacht. Da die Multiplikation der reellen Zahlen assoziativ und kommutativ ist, können wir dieses Produkt auch so schreiben. Die 4 Faktoren 2 setzen wir nach vorne und die 4 Faktoren 3 setzen wir nach hinten. So sehen wir vorne, dass die 2 4 mal mit sich selbst multipliziert wird. Das heißt, das hier ergibt 2 hoch 4. Aus dem selben Grund ist das da hinten 3 hoch 4. Somit erhalten wir also 2 hoch 4 mal 3 hoch 4. Um ein Produkt in der 4. Potenz zu nehmen, reicht es also, jeden einzelnen Faktoren in der 4. Potenz zu nehmen. Wir verallgemeinern diese Formel und sagen a mal b hoch m. Das ergibt a hoch m mal b hoch m. Schauen wir ein letztes Beispiel. 3 Viertel im Quadrat durch die Definition ergibt das 3 Viertel mal 3 Viertel. Das heißt, wir multiplizieren 3 Viertel 2 mal mit sich selbst. Diese Multiplikation ergibt dann 3 mal 3 als Zähler und 4 mal 4 als Nenner. Im Zähler wird die 3 also 2 mal mit sich selbst multipliziert und im Nenner haben wir den Faktoren 4 auch 2 mal. Der Zähler ergibt also 3 im Quadrat und der Nenner ergibt 4 im Quadrat. Um also einen Bruch im Quadrat zu erheben, reicht es, den Zähler im Quadrat zu nehmen und den Nenner im Quadrat zu nehmen. Auch diese Formel können wir sofort verallgemeinen. a auf b hoch m ergibt a hoch m auf b hoch m.